Der Umlautmann begrüßt euch zu einem neuen Part, Animal Crossing! Freunde der Animal Crossing-Sonne, mein Name ist der Umlautmann und willkommen zum 50. Part, müsste es sein. Das muss ich kurz überprüfen. Also normalerweise sollte man sich vielleicht ein bisschen drauf vorbereiten, wenn man so einen Part aufnimmt, aber... Ich bin mir zu 99,9% sicher, das müsste der 50. Part sein, oder? Boah, da bin ich mir ein bisschen unsicher, einen kleinen Augenblick. Wo ist denn der Part? Bro, wann kann... Ah, hier! Es ist der 50. Part, ich hatte recht. Freunde, Jubiläum, 50 Parts, Animal Crossing, New Leaf, wo wir über Gott und die Welt geredet haben. Wo ich über ganz, ganz viel geredet habe, was irgendwie in meinem Leben so vor sich geht, was mich beschäftigt, was meine Gedanken zu dem und dem sind. Und ich habe Themen von euch aufgefasst, die euch interessieren und meinen Senf dazugegeben. Und hier sind wir. Nach über, ich glaube, zweieinhalb Monaten, ja, mehr sogar als zweieinhalb Monaten, kommt der nächste Animal Crossing-Part. Ich würde sagen, wir sliden da schon direkt ins Game hinein und innerhalb des Parts werde ich dann erzählen, was los war, wie es weitergeht und generell, was man sich unter diesem Projekt noch so weiterhin vorstellen kann. Weil ich glaube, wir werden das mal so ein bisschen damit zu tun haben, was hat sich im Dorf verändert, was ist neu, etc. Von daher sliden wir erst mal rein. Denn wir sind mal wieder im Airdorf, 18.53 Uhr am 22. Februar. 2.23 Uhr, let's go! Das ist die erste Aufnahme im Jahr 2023 hier in Animal Crossing New Leaf. Und von daher sliden wir rein. Melinda, du hast doch bestimmt irgendwas zu sagen, dass ich Ewigkeit... Ja, guck mal. Das habe ich schon fast vermisst. So, aber ich habe dich in dieser Zeit vertreten, so gut ich konnte. Danke dir. Jetzt bin ich wieder da. Und wir hoffen natürlich, dass wir regelmäßiger da sind. So, mal schauen, was sich hier so getan hat. Ob sich überhaupt was getan hat, was geht. Viele Veränderungen, vermutlich. Ich weiß es nicht. Neuer Part, Animal Crossing. Erstmal fangen wir mit dem einfachen Grund an, warum so lange kein Part gekommen ist. Eigentlich muss ich die Blumen hier gar nicht gießen, wobei ich das immer sehr, sehr gerne mache. Was haben wir in den Taschen? Boah, ich merke... Ah, okay, das geht. Also können wir die für sich, etc. easy mitnehmen. Der Grund, weshalb Animal Crossing so lange nicht kam, ist ein einfacher. Ich wollte Animal Crossing-Aufnahmen nicht zwischen... Wie heißt es? Tür und Angel? Zwischen Tür und Angel? Ist das dieser deutsche Spruch, den man an dieser Stelle bringt? Ich mochte... Ich wollte in der Vergangenheit nicht Animal Crossing aufnehmen, wenn ich in Zeitdruck bin. Ich wollte keine gestressten Animal Crossing-Parts droppen, weil diese Parts ja... Ich glaube, ähm... Sich dadurch auszeichnen, dass ich immer mit einem sehr ruhigen Vibe hier reingehe. Und immer super entspannt bin und einfach so spreche, was mich irgendwie beschäftigt. Und die letzten Monate waren für mich die, boah, ich glaube, stressigsten Monate in meinem Leben. Das sage ich häufig. Aber es wird auch irgendwie in Anführungszeichen immer stressiger. Beziehungsweise ich habe immer mehr Aufgaben, wodurch es sich immer so anfühlt, dass ich immer mehr und mehr zu tun habe. Und so waren meine letzten Monate. Das waren die letzten Monate meines Lebens. Und es hat sich so angefühlt, als ob ich immer mehr und mehr zu tun habe. Einfacher Grund. Im Dezember bin ich umgezogen. Ich bin jetzt in einer neuen Wohnung. Ich denke mal, das dürften die meisten inzwischen schon so an sich mitbekommen haben. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, ich bin in einer neuen Wohnung. Und, äh... Ja, vor Weihnachten, zwischen... Weihnachten, Silvester, nach meinem Geburtstag, Anfang Januar, habe ich mich um den Umzug gekümmert. Es stand super viel an und ich habe es ja immer wieder erzählt. Ne, was alles irgendwie zu tun gewesen ist. Dann waren viele Möbel hier nicht da. Mein Bett hat, ja, ist fünf Wochen zu spät angekommen. Spätestes Lieferdatum war 22. Dezember. Ende Januar, Mitte Januar, Ende Januar war irgendwann mein Bett da. Und ich habe dann irgendwie fünf Wochen keinen erholsamen Schlaf gehabt. So klar auf der Couch, Pen geht voll in Ordnung. Also das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Das war mir schon irgendwie immer irgendwo bewusst. Aber man hat schon gemerkt, so, yo, die Schlafqualität hat schon stark, ja, irgendwo gelitten drunter, dass man immer auf der Couch gepennt hat. Von daher habe ich auch irgendwie wochenlang nicht erholsam geschlafen. Das kam auch nochmal hinzu. Und das war alles irgendwie eine super stressige Zeit für mich, wo ich echt nicht wusste, so, yo, wo bringe ich jetzt Animal Crossing Aufnahmen hinunter? Alter, ist so wenig passiert vom Postamt. Alter, 4.500 Sternis an Zinsen, Maschallah. Der Hase läuft, oder? Ja, ansonsten weiß ich gar nicht, wo ich anfange. Zuallererst wird es Zeit, dass wir uns mal das Dorf so ein bisschen angucken, weil das ist jetzt schon über zwei Monate her, seitdem wir was aufgenommen haben. Was ist passiert? Wie geht es dem Dorf? Und alles Weitere bereden wir dann später. Ich hoffe, dass ich nicht vergesse, dann solche Themen anzusprechen, wie, wie, wie geht es mit diesem Projekt weiter. Ja, wobei, komm, wir machen, wir machen das mal jetzt. Wir fangen jetzt schon an, wie es mit diesem Projekt weitergeht oder wie ich mir das in der Zukunft vorstelle. Also, ich würde es in der Zukunft gerne weiterhin so droppen, wie eigentlich am Anfang des Kanals, wo ich das hier gestartet hatte. Ich, ich hatte nur immer dieses eine Gefühl in mir, was mich so ein bisschen vor diesen Animal Crossing Aufnahmen abgeschreckt hat. Und zwar wusste ich so, okay, Uh, ähm, ich muss mir jetzt eigentlich schon einiges an Zeit nehmen für diese Animal Crossing Aufnahmen. Eigentlich schon so eine Stunde oder wenn nicht sogar länger, um diverse Themen zu bereden oder irgendwas Neues zu machen, weil ich habe immer, obwohl ich weiß, dass ihr es nicht verlangt und ich es eigentlich auch nicht von mir verlangen möchte, hatte ich immer so diesen Drang in mir, dass in jedem Part eigentlich mal was Neues passieren müsste, weil das ist ja irgendwann immer so dasselbe. Wobei eigentlich dieses Projekt sich genau dadurch auszeichnet, dass ich halt immer dasselbe mache oder dass dieser entspannte Vibe da ist. Also, in jedem Part gab es ja schon immer so einen kleinen Progress. Sei es, wenn wir was Neues im Museum hatten oder wenn wir halt unser Haus ausbauen konnten oder wenn irgendwas anderes Neues passiert ist. Aber ich habe mir irgendwo schon so ein bisschen den Kopf darüber zerbrochen. Ja, okay, jetzt ist da wieder nichts passiert. Ja, weiß ich nicht, wird das nicht irgendwann voll langweilig, diesem Projekt zuzuschauen? Yo, was ist los? Warte mal, da ist erstmal ein Luftballon, den wir mitnehmen können. Und das hat mich so ein bisschen immer davor gehindert. Vor allem jetzt der 50. Part war für mich auch nochmal so ein bisschen Druck im Kopf, weil ich mir jedes Mal dachte, alter, der 50. Part, eigentlich muss er ja schon XXL-Part passieren. Eigentlich muss er ja was Besonderes passieren. Und das war immer für mich so ein bisschen, wie gesagt, dieser Druck, obwohl es eigentlich schon komplett dämlich ist, vor allem auf dem Zweikanal. Und ja, für die Videoreihe, wie wir es hier aufgebaut haben. Andererseits, beziehungsweise, was ich super cool fand und super süß, ich habe super viele Nachrichten bekommen. David, wann kommt denn endlich der neue Animal Crossing Part? Kommt überhaupt noch ein paar, dass das Projekt beendet, was können wir uns darunter vorstellen, wie viele Leute doch dahinter sitzen, hinter diesem Zweikanal, und sich trotzdem auf diese Aufnahmen hier freuen mit diesem entspannten, cozy Vibe oder generell einfach meiner Stimme lauschen, auch wenn ich aktuell so ein bisschen erkältet bin. Es geht momentan wieder bergauf. Ich fühle mich nicht mehr so schlapp wie in den ersten Tagen und ich bin mir sicher, dass ich dann irgendwann mal oder diese gruselige Musik im Wintergrund, dass ich in den nächsten Tagen dann auch wieder, ja, streamen kann, weil ich habe jetzt drei Tage nicht gestreamt und das fühlt sich schon irgendwie, ja, komisch an. So, auf der einen Seite, hallo? Bude, es ist einfach so eine Horrorlocation. Ah, schön, ich liebe es. Ich liebe es, mal wieder hier zu sein, ne? Und, Alter, dass man sich halt hier die Zeit nimmt, irgendwie das Haus mal zu upgraden. Aber da habe ich irgendwie Angst, dass irgendwie, boah, das versteht mich nicht falsch, dass zu viel Zeit in den Zweikanal hineinfließt. Wie, wie hat man das zu verstehen? Ähm, so aktuell auf dem Weg zur Selbstständigkeit liegt der Fokus irgendwo auf dem Hauptkanal, auch einfach aus den finanziellen Gründen, definitiv. Ähm, ich meine, mein langfristiges Ziel ist es auf jeden Fall, hiervon zu leben. Und, äh, Zweikanal ist wirklich hobbymäßig. Also, ähm, boah, ich sag's mal so, die Spiele, das Geld, was ich für Spiele ausgebe, hin und wieder, wirst du durch die Einnahmen von diesem Kanal gedeckt. An der Stelle erstmal großes Dankeschön an diejenigen, die eine Memberschaft hier lassen oder hin und wieder auch so ein Trinkgeld. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Das, äh, hilft dem Kanal natürlich auch sehr und meiner, auf dem Weg zur Selbstständigkeit irgendwann. Aber aktuell ist es so, dass meine Zeit noch sehr begrenzt ist aufgrund der Sparkasse und generell sehr, sehr vielen Dingen, die ich zu tun habe. Natürlich auch privaten Dingen. Ich hab's paar Mal erzählt. Ähm, aber dass ich beispielsweise meine Mom öfter mal zum Arzt fahren muss und da auch teilweise, ja, ganze Nachbarn, also, ganze Vormittage, ganze Stunden draufgehen, etc. Das hab ich ja auch schon mehrmals erzählt. Ähm, oder dass das und das Projekt wartet, dass ich auch noch andere Dinge irgendwie erledigen muss. und da ist es halt manchmal so, dass meine Zeit etwas begrenzter ist, leider, und ich viel mehr Zeit hier reinstecken würde, aber es aufgrund, ja, der, äh, nicht kompletten Selbstständigkeit aktuell einfach nicht möglich ist. Und deswegen hatte ich auch, glaube ich, super oft einfach Angst, dass ich in Anführungszeichen zu viel Zeit in den Hauptkanal stecke und dann weniger Zeit, nee, in den Zweikanal stecke und dann weniger Zeit für den Hauptkanal da ist oder für Streams oder so. Und ich glaub, das war auch nochmal so ein Grund, der mich daran gehindert hat, weil im Endeffekt zieht das hier doch irgendwie mehr Zeit als gedacht. Aber ich find's gar nicht schlimm. Definitiv nicht. Und das soll auch gar nicht so rüberkommen. Aber ich glaube, ihr könnt irgendwo diesen Grund bestimmt nachvollziehen, wenn ich sage, ey, yo, ey, yo, Hauptkanal ist irgendwo der Fokus, vor allem auch für die Selbstständigkeit. Und Zweikanal ist immer so ein Hobby-Ding, wo ich mir keinen Stress machen möchte. Und was auch immer noch das Hobby-Ding bleiben wird, definitiv. Und das ist auch so, äh, ja, der Grund dafür gewesen, warum so lange kein Animal Crossing mehr kam. Wo ist der Geldstein? Das muss ich jetzt einfach mal hier so in den Raum werfen. Bro, wo ist dieser dreckige Geldstein? Bist du neu? Nee. Marion, boah, David, ich hab dich ja ewig nicht mehr zu Gesicht bekommen. Das kann gut sein, über drei Monate ist es mindestens schon her, ne? Wo warst du? Sag mir jetzt nicht, dass du auf geheimer Ich-Mampf-Butter-Brot-Tour warst. Hm, dein Blick und die Art, wie du den Bauch täschelst, verraten dich, du Schlingel. Krach. Ja, okay, du hast recht. Ich hab mich richtig voll gefressen in den letzten Monaten. Definitiv. Hehehe. Oh shit. Warte mal, hatten wir den Stein schon? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, oder? Ähm, ja, ich glaub, mehr kann ich dem auch gar nicht mehr hinzufügen. Das sind so die Hauptgründe gewesen. Diese Gedanken, der zeitliche Aspekt und dass ich eigentlich ungerne mit Stress hier in Animal Crossing Aufnahmen reingehen möchte. Dementsprechend, wie wird es in der Zukunft weitergehen mit diesem Projekt? Ähm, wie bisher. Wobei ich sagen muss, dass ich auch ehrlich gesagt irgendwann ein Ende einführen möchte. Irgendwann, wenn das Dorf weitergeht, wenn irgendwie alles geupgradet ist. Wie lange es noch dauert, weiß ich nicht. Vor allem, dieses Projekt läuft eigentlich, läuft seit einem Jahr auf diesem Kanal und in einem Jahr 50 Parts, glaub ich, eine ganz gute Quote. Definitiv. Das ist mehr möglich, keine Frage. Aber ich glaub, einigen tut dieses Projekt auch ganz gut, weil ich hier über so viele Themen rede und ich freu mich natürlich auch immer wieder. Von daher, wir wollen noch gar nicht über das Ende nachdenken, aber ich würd's trotzdem häufiger bringen. Aber Animal Crossing Parts kommen dann, wenn sie kommen. Und ich will mir da keinen Stress machen. Also, dass es irgendwie einen festen Upload gibt, möchte ich ehrlich gesagt nicht, weil davon leben diese Aufnahmen, dass ich einfach super spontan hier reingehe und gucke, was wir machen. Das ist das Grundprinzip dieser Animal Crossing Aufnahmen und das würde ich sehr, sehr gerne beibehalten. Bam! So! Ich hab grad gesehen, über 50k Sternis und wir hatten irgendein Projekt am Laufen. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Projekt das gewesen ist. Von daher können wir wieder so ein paar Dinge upgraden. Und von daher, ja, was soll ich sagen? Wir werden demnächst natürlich weiterhin Para... Sorry. Weiter ein Para sammeln, um alles abzugraden. Das Dorf, das Erdorf und natürlich noch irgendwie alles mit dem, was man irgendwie freischalten kann. So, Geroid, what's popper? Ach, drei... Boah, Bruder! Irgendwie 380.000, ich erinnere mich so ganz grob. Mal 40.000 würde ich ganz gerne für das Projekt hier lassen. Yes, sir! Das kann man noch sehr, sehr gerne mitnehmen. Ciao! So, und dann gehen wir noch mal ganz kurz in die Mitte des Dorfs, weil da ist auch wieder irgendeine Attraktion. Keine Ahnung, ob das Rainer ist. Bruder, es sind auch sehr viele Fossile dazugekommen. Auf jeden Fall einige. Yes, ansonsten haben wir auf diesem Kanal die 5000 Abonnenten geknackt. Dickes, dickes Dankeschön dafür, für inzwischen 5000 Abonnenten auf einem, ja, ganz simple Netzplay-Kanal. Oh no! Nee, wir sind zu spät da. Wäre das bis 19 nur noch möglich gewesen? Oder was ist passiert? Ich weiß es nicht. Schade, Marmelade. Ich dachte, es wäre mehr möglich gewesen heute. Na gut, dann eben nicht. Dann bringen wir mal die Fossile zu unserer Lieblings-Eule Eugen. Ich hoffe, Eugen geht's gut. Ich hoffe, er hat den Winter gut überstanden und Weihnachten und ansonsten alle Feiertage, die hier stattgefunden haben. Ich glaube, ungezogen ist keiner. Sieht zumindest nicht so aus. Ich weiß es nicht. Naja, auf geht's zu Eugen. Let's go! Genau, 5000 Abonnenten haben wir inzwischen auf diesem Kanal geknackt. Von daher, dickes Dankeschön dafür. Ob es ein Special geben wird, ich weiß es nicht. Ich wüsste jetzt nicht was. Vielleicht machen wir die Tage nochmal Gedanken darum, was man als Special bringen könnte auf den Zwei-Kanal. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten würde ich einfach so weitermachen wie bisher. So, Fossile analysieren bitte. Yes, und auf dem Hauptkanal haben wir auch inzwischen schon die über 50.000 Abonnenten geknackt, was absolut insane ist. Da möchte ich ein kurzes Status-Update geben, zumindest an die Animal Crossing Zuschauer hier. Ich werde dieses Wochenende am 50.000 Abonnenten-Special arbeiten. Ich werde mich das komplette Wochenende einschließen, was auch gar nicht so schlecht ist, wie ich persönlich finde, vor allem jetzt nachdem ich etwas länger krank gewesen bin, beziehungsweise seit ein paar Tagen. Einfach ein ruhiges Wochenende zu haben, hier zu Hause zu sein und so ein bisschen daran zu arbeiten. Oh! Wir haben eine Fossile, die wir spenden können. Interessant. Sehr interessant. Okay. Na dann. Kann man natürlich für mehr Paarer verkaufen. So, jetzt könnte man Preise vergleichen, aber ganz ehrlich, verkauf es einfach bei Nuck und Nucks Heim- und Gartenbedarf. Die Fossile. Auch wenn wir da vielleicht ein paar Sternis mehr bekommen würden. Juck nicht. So, was geht bei dir, Maestro? Ich würde einmal ganz... Warte, was war mit Ladenkredit? Kam die Geräusche gerade hier aus dem Spiel? Ich kann schwören, ich habe gerade irgendwelche Geräusche gehört. Ich kann es aber nicht einordnen. Was gibst du uns für die 11.000? Ist das denn scheißernst? Come on, hä? Das ist doch safe. Mehr... Oh mein Gott, eine Glückskatze. Ihr wisst es, wie gerne ich diese Gold-Glückskatzen mag. Tatsächlich, ich bin letztes Wochenende bin ich mit Okamsen und Ansgar unterwegs gewesen. Wir waren auf einem Hoodie Allen und Conor Price Konzert in Köln. Für diejenigen, die es mitverfolgt haben auf Social Media oder irgendwie in Streams oder sonst wo. Und wir waren vorher in Düsseldorf und in Düsseldorf gab es so einen Asiamarkt und da habe ich mir so eine Glückskatze zugelegt. Die ist immer noch in meinem Auto, ich muss die unbedingt rausholen. Aber ich liebe solche Winke-Glückskatzen. Es gibt nichts Genialeres als diese Katzen. Ich liebe es. Ohne Scheiß. Das ist super cool. Ohne Scheiß. Ich könnte mir diese Katzen den ganzen Tag einfach reinziehen. Mal gucken, ob die Glück bringen. Boah, das packt mir auf unser Lager. Boah, ich würde auch sagen, wir nutzen den heutigen Part einfach mal so ein bisschen dafür, unser Möbellager so ein bisschen auszuräumen, was wir brauchen und was nicht, was man verkaufen kann und was nicht. So, dafür sliden wir doch direkt mal hier hinein. Also, dafür brauchen wir wahrscheinlich auch die volle Konzentration. Oh, warte mal. Dafür packen wir erstmal das Geld wieder ins Lager. Hallo. So, in den Geldbeutel, in den Geldbeutel, nee, erstmal hier in den Geldbeutel. 4K in den Geldbeutel. What a wang, what a wang. Und dann wird es auch mal wieder die höchste Zeit auf die Insel zu fahren, um so ein bisschen Parra zu machen. Ich kann mich gar nicht mehr an die Räume erinnern. Was haben wir aus den Räumen gemacht? Erstmal den Raum hier hinter? Passiert da irgendwas? Nee, einfach leer. Ey, überbewertet. Vollgestellte Räume mit irgendwelchen Möbeln, die sind einfach definitiv überbewertet. So, was haben wir hier oben? Und es ist so gruselig. Das war, glaube ich, so eine Art Zockerraum, oder? Yo. Mit einer Wii U, mit 3DS. Das kann man, glaube ich, auch so als Studio irgendwann mal einrichten. Das würde ich cool finden. So, was haben wir noch hier unten so Schönes? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Ah, guck mal. Zu einem Bonsai-Baum würde auch so eine Glückskatze packen. Packen, passen. What a wang. Die stellen wir noch so zur Kamera. Kannst du winken? Nee, schade. Das Ding kann nicht winken. Ich würde die Musik deutlich einladen, da die unten läuft. Aber die hat sowas wie Creepy-Keller-Vibes, wisst ihr? So. Dann gucken wir mal, was wir noch so alles dabei haben. Alright. Hm. Stimmt, das waren ja nur diese Erze. Da müssen wir uns auch irgendwann mal reinfuchsen. Zeichnenschriftablage. Pünktchensofatisch. U-Konsole. Bedienungsanleitung. Das ist so wack. Wer braucht sowas? Rundengong. Laterne. Maisbirne. Weg damit. Ballonsofa. Generell diese... Sorry. Also klar, die gibt es nur einmalig und die kann man, glaube ich, nicht mehr nachkaufen. Aber diese Ballonmöbel, die finde ich so dämlich. Modelleisenbahn. High-End-Anlage behalten wir. Modelleisenbahn brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Küchenzeile für eine Küche ist cool. Retro-Telefon, Streifenuhr, Designerteppich, behalten wir mal. Ist da bestimmt irgendeine Grundschreibmaschine? Ich glaube, die Schreibmaschine kann weg. Da kann ich mir auch aktuell nichts vorstellen. Westernsessel, Paravent, Kamin, ist cool. Cembalo, Royalwandlampe, behalten wir auch mal. So, was finden sich hier? Garderobenständer, Klassikregal, Ballonkommode, weg mit dem Müll. Sorry, pardon. Wascheinheit, Paravent, das haben wir schon zum zweiten Mal. Ecke, neutral, Wandregal, behalten wir, Haikappe, weg damit. Steinzeit-Tops, Maragdmütze, alles behalten, why not. Ballonfernseher, Schmutz, immer weg damit. Asia-Restaurantisch, finde ich coole Ballonskamera. Mega-Laterne, Laborstuhl. Ja, weiß ich nicht. Ich will ja nicht unbedingt einen Frauenarzt hier aufstellen oder so, ne? Ich weiß es nicht. Brauchen wir nicht unbedingt so ein... Wisst ihr, was ich voll gruselig finde? Also, no joke, jetzt einmal Props an die Frauen da draußen. Ich habe mich damals mal mit meiner Ex-Freundin drüber unterhalten. Generell, der regelmäßige Besuch zu einem Frauenarzt. Ich stelle mir das irgendwie gruselig vor. So als Typ musst du selten zum Arzt. Irgendwann halt ab einem bestimmten Alter. Aber Frauen müssen ja regelmäßig zum Arzt und ich stelle mir diese Stühle da richtig gruselig vor. Einfach von der Vorstellung her. Von daher wirklich Props geht raus an der Stelle. Nur mal so am Rande, das kam mir irgendwie gerade so in den Kopf geschossen. So, weg damit. Wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber genau, wegen dem Abo-Special auf dem Hauptkanal. Das ist eine Idee, die ich schon seit Ewigkeiten habe, aber ich kam noch nie in die Umsetzung. Weil fürs Abo-Special muss ich ein Skript schreiben. Und, ja, in diesem Skript muss ich mir super viel Zeit zum Reflektieren lassen. Ein bisschen auch zum Recherchieren. So ein bisschen die Zeitrevue passieren lassen. Also was genau euch erwartet, seht ihr dann irgendwann. Ich tippe immer noch Ende März, dass so ein Special dort kommt. Kann es aber echt noch nicht sagen, weil sobald das Skript fertig ist, muss ich es in Anführungszeichen in... Nein! Ich wollte es verkaufen, in Auftrag geben. Und dann müssen wir so ein bisschen warten, bis alles ready ist. Aber ich denke, dass es relativ schnell in Anführungszeichen gehen sollte. Von daher, mal gucken. Mal gucken. Aber ich will noch nicht verraten, was es für ein Special sein wird. Aber es wird ein sehr persönliches Video werden. Weil ich mag das immer sehr, sehr gerne. Vor allem für Abo-Specials so die persönlichere Seite rauszulassen. Und das feiern auch viele Leute. Vor allem in meiner jetzigen YouTube-Zeit. YouTube-Zeit, wo die persönlichere Seite so ein bisschen verloren geht, wird es immer wichtiger, solche Videos zu droppen. Umso mehr weiß ich solche Videos auch zu schätzen, wenn man so was mal droppen kann. So! Alright! Wir haben so ein bisschen Platz geschaffen bezüglich Möbel. Ui! Ah lol! Ist auch noch ein Geldsack. What a Wang! Mitnehmen, was geht. Okay, also... Mh... Wird mal wieder Zeit, hier bei Dingenskirchen vorbeizuschauen. Coffee, der uns die nötige Koffein-Kur gibt. Der uns das nötige Koffein reinspritzt oder was auch immer macht. Was geht, Meister? Lang nicht mehr gesehen. Äh... Warte, wir müssen... Müssen wir eine Tasse to go nehmen? Wir können ja auch eine Tasse to go nehmen, ne? Oder auch nicht. Irgendwann muss dieser Laden sich doch erweitern, oder? Ah ja, genau. Ne, ich muss mit dem Dude reden. Stimmt. Wir müssen häufig mit ihm reden, bisschen Kaffee trinken. Irgendwie kriegen wir es dann doch hin. Du sollst ihn trinken. Machen wir. Alles klar. Wird getrunken, Maestro. Ich habe jetzt auch schon seit, ich glaube, vier, fünf Tagen keinen Kaffee mehr getrunken. Tut aber, glaube ich, ganz gut so diese, äh... Antikoffein-Phase, die ich gerade fahre aufgrund der Krankheit. So. Kaffee ist war mir eine Ehre. Gut, danke. Bis dann, Maestro. Aber ich will noch ein bisschen mit dir quatschen. Bitte setz dich hinein. Nee. Halt der Maul. Bros, geh halt einfach der Maul. Was soll das? So. Wider geht's? Also, was haben wir noch alles auf dem Plan? Wir können mal wieder die Bewohner besuchen. Wir haben die meisten ja schon Ewigkeiten nicht mehr besucht. Ich finde die Schneelandschaft gerade, by the way, so schön. Wer wohnt hier nochmal? So, Tatjana. Tatjana, was up? Lange nicht mehr gesehen. Zeig mal, was geht. Und bitte erschreck dich nicht, ich bin kein Fremder. Versprochen. Ich kenne den Song irgendwoher. Ich weiß aber nicht, woher. Hi. Hey, hey, hey. Seh mal einer an, was die Katze reingetragen hat. Wenn das mal nicht David ist. Ich glaube, ich habe die schon seit drei... Das kann gut sein. Drei Monate ist eine sehr, sehr gute Einschätzung, Tatjana. Aber du hättest von dir hören lassen können. Die Leute machen sich Sorgen. Aber egal. Jetzt bist du ja wieder da, Bossi. Dankeschön. Ich habe mir Mühe gegeben. Boah, ich finde die Leder-Couch ist sehr cool. Animal Crossing New Leaf gab es, glaube ich, keinen Flohmarkt, oder? Das wäre cool gewesen, mal wieder so einen Flohmarkt mitzunehmen. Naja, scheiß drauf. So, Dingenskirchen. Wer ist da? Marion. Marion sind mir gerade begegnet. Den gruseligen Schaf, was echt gruselig ist. Hallo? Kai. Kai war gerade, glaube ich, beim Kaffee. An den kann ich mich noch erinnern, an die süße Maus. Was geht hier? Tim. Wer bist du? Edit. Oh, du bist doch David, oder? Ich habe schon viel über dich gehört. Und wie du Ador verbessern möchtest. Ich heiße Edit und ich wohne seit einem kleinen Waldchen hier. Freut mich, Lam. Ja, cool. Edit ist neu. Edit kann vielleicht die Videos editen. Halt, bist du etwa dated? Du warst so lange weg. Ich erinnere mich kaum noch. Diesmal bleibst du aber länger, oder? Ja, mal gucken. Je nachdem. Whatever. Aber hey, schön, die Videos zu sehen, Maestro. So, Edit wohnt hier am Rande. Pilze. Wozu kann man die Pilze eigentlich mitnehmen? Ist das noch... Also, haben die Pilze noch irgendeinen Zweck? Aber heilige Makrele sind hier viele Blumen im Ehrdörf. Guck mal, das sortieren wir mal so ein bisschen um. Yes, sir. So. Äh, by the way, ähm, boah, ich glaube, in den letzten Monaten kam es irgendwie häufiger vor, dass ich krank geworden bin. Oder generell. Ich glaube, das liegt auch... Also, es gibt eigentlich so einfache Gründe, warum es momentan so viel ist. Also, was heißt es momentan? Das letzte Mal von einem halben Jahr circa, so gegen, ähm... Im Charity-Monat wurde ich auch noch mal so krank, wo ich ein paar Tage flach lag. Ich glaube einfach, dass es so mit meinem, äh, Lebensstil letzten Monate zu tun hat. Dass ich kaum zum Sport komme. Oder generell viel Bewegung fehlt. Und, äh... Ich weiß gar nicht mehr, ob man es noch auf diesen Umschwung schieben kann. Also, viele meinten ja jetzt vor allem so nach der Zeit, äh, nach Corona, dass das Immunsystem so gegen nichts zu kämpfen hatte. Dass es sich erstmal wieder so einpendeln muss. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Da fehlt mir der wissenschaftliche Background dazu. Aber ich glaube, bei mir ist es einfach so, yo, mangelnde Bewegung plus Ernährung, äh, hin und wieder. Ähm, aber ich kann mal so sagen, das wird sich in diesem Jahr stark ändern. Weshalb es sich ändern wird, werdet ihr sehen. Also, da muss man sich keine Sorgen oder so machen. Also, ich werde dieses Jahr zum Glück irgendwann mal wieder zum Sport kommen. Auch regelmäßig. Aber, äh... Dazu mehr, wenn die Zeit reif ist. Im Übrigen, ich hab das ja hier auch sehr, sehr gerne mal so als Game Talk benutzt. Deswegen schreibt das sehr, sehr gerne mal wieder irgendwelche Dinge hinein, worüber ich reden soll. Ich weiß, dass die Leute das feiern. Und, äh, ja. Von daher, lasst euch in den Kommentaren, lasst den Kommentaren freien Lauf. Was, äh, eure Kreativität angeht. So, noch ein paar Blumen einsammeln, weil ansonsten bin ich schon fast am Ende mit meinem Alphabet, was man hier noch so großartig machen könnte. Wir müssen auf jeden Fall noch das schwarze Brett einmal abchecken, was hier so geht. Und dann können wir noch ein paar Pläne für die nächsten Parts schmieden, was hier noch so, ja, zu machen ist. So, nee, wir können uns demnächst mal wirklich um eine Stadthymne kümmern. Da gab es auch so paar kluge Kommentare mit bestimmten Stadttönen, wo man eine coole Hymne raushauen kann. Ah, okay. Da müssen wir uns, glaube ich, vom Platz her so ein bisschen mehr hier hinstellen. What a Wang. Und da kann man ja über irgendein Thema reden, die Hymne machen und, äh, nebenbei die City voranbringen. Ich finde das gerade wieder sehr, sehr schön mit den ganzen Blumen. Da wird es irgendwann noch mal Zeit, Wege zu bauen. Definitiv. So. Schwarze Brett Wurzpuppe. Marion hat Geburtstag an Valentinstag. Sorry, Marion. 20... Alter, es war Karneval? Als ob dieses Game einfach Rosenmontag mit drin hatte. Crazy. Angelturnier haben wir verpasst. Angelturnier. Valentinstag. Äh, Angelturnier. Und das war es auch schon. Alle andere Nachrichten sind schon weg. Boah, ich glaube, wir müssen mal ein paar Nachrichten löschen. Kann das sein? Und das Schwarze Brett einfach mal wieder so ein bisschen äh, ja, freier zu machen. So, löschen. Hallo? Löschen. Jo, löschen. Alles löschen. Wir löschen die Vergangenheit. Ja, okay, jetzt haben wir ein paar Nachrichten. Ich glaube, darum muss ich mich irgendwann anders mal kümmern. So, wer wohnt denn generell noch alles hier? Würde mich gerade so interessieren. So, Marion, Theo, Ali, junger Ali, bester Mann, Nathan. Wir sind sieben Einwohner. Ne, acht zusätzlich. So, Edit, Tim, Kai, Marion und die anderen hier. Was wir auch mal machen müssen, wir müssen definitiv, wow, ich wollte gerade sagen, hat der Schneeball sich von alleine bewegt? Hallo, was passiert? Weird. What's up? Meister, haben wir heute schon gesprochen? Ich glaube nicht, Tim, oder? Yes, wir haben doch noch nicht geredet. Schau mal, wie gut ich trainiert habe, seit du verreist bist. Aber allein trainieren ist irgendwie nicht dasselbe. Als du so lange weg warst, ist mir klar geworden, dass ich dich als Partner brauche, David. Dann trainieren wir. Es wird Zeit zum Spotten. Äh, Spotten by the Ray. Heißt es spotten? Ja, oder? Ich bin schon lange nicht mehr im Gym gewesen. Aber spotten heißt doch, wenn ich zum Beispiel jetzt Bankdrücken mache und mir dann irgendwer hilft beim Bankdrücken. Also quasi, bevor man keine Kraft mehr hat, dass irgendwer so ein bisschen mit anhebt, sodass man mehr Wiederholungen machen kann. So. Hier sind wir extrem lange nicht mehr gewesen. Das ist so ein Punkt, der wurde sich auch irgendwann mal gewünscht. Weil der Ripe auch einfach einmalig hier ist auf diesem Campingplatz. So, was geht, Maestro? Ich will mal mit dir quatschen. Namaste, wie kann ich helfen? Bring mir was bei, drahtlose Camper. Namaste. Nee. So, wo bin ich? Bla, bla, bla. Genau. Äh, quatsch einfach mal jemanden an und dann inspiriert euch gegenseitig. In den Wagen kannst du mit Campingcoupons, Möbel und weitere Gegenstände ertauschen. Also bei mir kriegst du die Items natürlich auch für Campingcoupons. Voll verpeilt, sorry. So, da müssen wir demnächst auf jeden Fall mal wieder reingucken. Hier, weil hier bekommt man neue Einwohner. Ups. Warte mal, hier kann ich reinlaufen, oder? Bro, wo kann ich denn hier reinlaufen, hä? Ist das überhaupt möglich ohne Internets? So, einmal die Frage mal wieder am Rande, weil es schon Ewigkeiten näher ist, seitdem ich hier mal vorbeigeschaut habe. Yes. So, äh, aber ansonsten ist glaube ich gar nicht viel mehr in Airdorf passiert. Also obwohl wir fast drei Monate weg gewesen sind, ist eigentlich alles immer noch beim Alten, oder? Fühlt sich zumindest so an. Ja, ist ja auch irgendwie schön, dass man weiß, dass immer noch alles beim Alten ist, definitiv. Also beschweren kann man sich da eher weniger, wie Danny Jeston sagen würde. So. Alter, was geht bei dir? Lange nicht mehr gesehen. Hey, das hier David, ich bin heute zum Einkaufen vorbei. Yo. Ah, Gustl hat mal hier gewohnt. Was geht beim Club? Alter, wir haben uns auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen, oder? David, gut siehst du aus, wie immer. A la Hannes. Digga, die wohnen gar nicht mehr hier, oder? Guter, das ist ja echt Oldschool-Treffen, was hier passiert. Weird. So, hello. Und by the way muss ich glaube ich auch demnächst einfach mal so diese Aufnahmenzeiten irgendwie so ein bisschen anpassen, damit wir noch andere Dinge freischalten, wie zum Beispiel diesen Wahrsagerladen oder den Laden von Dingenskirchen von Rainer beispielsweise. Hi. Oh, wir haben noch geschlossen. Ah, und dem können wir wieder Essen vorbeibringen für neue Emotes. Ab 20 Uhr ist DJ angesagt. Okay, merken wir uns. Aber Freunde, ich glaube, bevor ich um den heißen Brei herumrede, ich hoffe, ihr freut euch wieder, dass Immortal Crossing back ist und ich probiere deutlich öfter dieses Projekt zu bringen. Deswegen schreibt mir sehr, sehr gerne Themen hier rein, weil dieses Projekt lebt unter anderem von Themen und dass wir hier gemeinsam einfach so ein bisschen das Dorf anschauen und nebenbei was machen. Von daher, schreibt es gerne rein und an der Stelle sage ich mal danke fürs Zusehen. Daumen nach oben nicht vergessen, abonniert den Umlautmann und danke an die NITO-Umlaut-General-Memmer, Basti, The Dark Empire, Cyprix Games und Melly, danke für euren Support, bis zum nächsten Mal, euer Umlautmann, Cheerio, bye bye. R Unlautmann. lose Naturally lebt in buried 品 evident ist ym mel